Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt bei Ihren elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, E-Readern, Tablet-PCs oder Notebooks den Flugmodus zu aktivieren und darauf zu achten, dass alle Sendefunktionen ausgeschaltet sind. Aufgrund einer Lockerung der Vorschriften zur Nutzung von elektronischen Geräten an Bord von Flugzeugen können wir Ihnen heute auf diesem Lufthansa-Flug die Nutzung dieser Geräte im Flugmodus ermöglichen. Die Geräte müssen Abmessungen haben, die es gestatten sind, der Sitztasche zu stauen, wenn es von der Crew angewiesen wird. Geräte, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen während des Rollers sowie zur Start und Landung sicher im Handgepäck verstaut sein. Sie können sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, während wir Sie in 7 Stunden und 20 Minuten nach Frankfurt fahren. Uns ist es wichtig, dass Sie sich bei uns an Bord nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen. Wir zeigen Ihnen deshalb jetzt einen Film, der Sie mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut macht. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Meine Name ist Ines Fasig und zusammen mit Götzlauer, wir sind Ihre Passers auf heute Lufthansa-Star-Line flighten zu Frankfurt. All of us in the coming crew hope to make you stay with us a pleasant and relaxing one. The doors have now been closed and for this reason, we ask you to switch your portable electronic devices, such as mobile phones, e-readers, tablet PCs and notebooks to flight mode. Kindly also make sure that the transmission function is deactivated. As regulations governing the use of portable electronic devices in aircraft have been relaxed, you are allowed to use such devices in flight mode on your Lufthansa flight today. Portable electronic devices must be able to fit into seat pockets when the crew instructs you to stow them. Any device which do not meet this requirement must be stowed in your hand baggage for taxi, takeoff and landing. Once you've done this, it's time to sit back, relax and enjoy your stay on board as we fly you to Frankfurt in 7 hours and 20 minutes. May we ask you to direct your attention to the cabin screens or film that will acquaint you with the safety features of this aircraft. Thank you for your attention. Please do it. Thank you. Okay. Please, wait a minute. Bye. Bye.